So Leute, da sind wir wieder und äh, da sind wir wieder mit Midi Gear Rising, sollte ich vielleicht was sagen. Und ja, da haben wir auch letztes Mal aufgehört im Kampf gegen Mistral, Mistral steht da oben links zumindest. Und äh, ja, wir machen jetzt einfach weiter, sind jetzt quasi in der zweiten Phase angekommen. Und ich hab zuletzt vor zwei Tagen gespielt, das heißt ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, was, was, was hier an die Sache ist, wie man diese Spielnummer spielt. Ist ja auch nicht so leicht. Ist halt echt nicht leicht, what the fuck. Der letzte Kampf war gefühlt einfacher. Also auch fies, ich kann mich gerade nur zweidimensional quasi bewegen, ne. Hallo. Oh ne, ist ja ausgerüstet, ne. Also eigentlich, wenn ich gleich sterben sollte, muss ich eigentlich automatisch abkriegen. Oh. Da hab ich ein paar Arme abgetrennt, würde ich mal behaupten. Aua. Ne, ich weiß nicht, was ich nicht im Managed kriege. Mit 1,2%. Hallo? Ich schenke hier irgendwie gerade fest? Die süßen kleinen. Aha. Ich schau mal. Äh, 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 äh. Oh, weißt ja. Was ist das für Musik? Hm. Ich versuche gerade irgendwie, ich Worte für die Musik zu finden, aber mir fällt nichts ein. Dann bin ich überfordert. Sorry. Ops. Warte mal, ich hab noch meinen Ausweis-Move. Ne, ich bin so blöd. Wow. Was ist das für den? Wow. 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 Okay, seit einem Daufer. Oh, what the fuck? Nein. Einfach irgendwie rauskloppen. The temperature is rising, hat's ja gedacht. Ey, 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 ey. Ich hab gerade, glaube ich, erfolgreich geblockt, wenn ich das richtig gesehen hab. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das auch nochmal schaffe in dem Spiel. What? Ah. Mein Gott, Hilfe. Ich kann diese Flucht von Effekten nicht verarbeiten. Oh Gott, ey. Ich gucke gar nicht auf die Anzeige. Und mache ich überhaupt mal Damage zur Abwechslung? Oder? Oder eher nicht so. Ich gucke mal Pin. Ah. Na gut, zumindest in dem Modus mal ab und zu. Oh, ich muss mal kurz am Rücken kratzen hier. Okay, äh. Was machen wir jetzt gegen die? Irgendwie sehe ich gerade nicht so viel Erfolg. Also auch nicht. Obahia. Mhm. Ähm, wo sie hin? Ha, ha. Mann, diese blöde Kamera, die sich hier mal irgendwo hinbewegt, wo sie sogar Bock drauf hat. Oh. Ah, wie ich, äh. Ich krieg die halt irgendwie nicht, ne? Hier, warte mal. Fang. Die werfe ich. So. So. Hm. Ich hatte sie eigentlich gerade in einem guten Angriff-Modus. Weil irgendwie... Hat keinen Bock mehr. So lange ich ab und zu meinem Damage mache, ist alles gut. Und das tue ich. Hey, 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 hey. Schön, dass du mir noch siehst. Auf Englisch. Steht das eh nicht. Okay. Mann, du. Oh, alter. Alter. Wie ist es. Ihr seid gerade in einem guten Angriff-Modus. Jawohl! Hohoho! Hm. Ganz important. I lost. So this is how they felt. Dying. For our cause. Wait. No, hold on! I am sorry. He was... too much. I do not need apology! I need you alive! But... I know... You will never fall. What? What is this talk about? Shetem. That you won't go. Hm. Shetem? Mister, I... You will never... Der Scherbenhaufen da hat gerade geredet. Interessant. She's not talking to you, Idiots! You! You killed her! You trial months! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Doseyev. Surrender. I need two points to kiss him. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russia money. To make Russia money. It is no plan for our cause. It is their present. But now, they will be free! Damn! Crazy son of a bitch! Riders? Riders! What happened? The bastard blew himself up! I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Everything plans for? Nnhmm You can count on tema. You have a result. the combat seasons. b b a a a a a a a a a? nothing. b b c what b? I got bored. The end is still. Time! finally, the game never felt for fools. truly. The kiire. Zander zu! 25, x-combo 36, kills 120. Okay, dürfen wir beide wieder ein bisschen aufleveln, wa? Datei RLL geschlossen. Sehr schön. Stangenwaffe. Oh Gott, nee, ich kann nicht einfach so. Tut mir leid. Le... Le Trangère? Le Trangère nenne ich es jetzt einfach. Äh, Ryans Körper anpassen. Joa, warum nicht, ne? Hm... 10.000? Okay, das habe ich ja. Achso, das ist Sekundärwaffe, ne? Ja, kommt an. Wollte grad gucken, ob das vielleicht besser ist als das andere. Joa, ich sag mal kaufen. Hab ja sonst eh nichts zum kaufen, glaube ich. Wollte grad gucken, ich hab Skills. Skills! Oh Gott, das sehe ich alles hier auf Französisch. L'Etrangère? 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 Mh. Klingt doch ganz cool. Pfff! Ja, aber da kann ich nichts. Da kann ich dann, ne? Na gut. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal aktualisiert. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Wo es jetzt hingeht. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully, anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bow. Wordplay. My exoskeleton resembles a K9. K9s enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. K9s enjoy bones. Who is that guy? My mariachi. No? Cyborg? He's a superhero. What? What? Are you? Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, eh? Wir müssen uns nicht sehen. Los geht's! Allegendlich. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've gotta link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes sir. Commence operation. Okay. Find a way into the forest. Okay. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Okay. 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 Neue Mission. Neues Kapitel. Ich wäre gerne in dem Outfit rumgelaufen, was wir am Anfang gesehen haben, aber hey, man kann ja nicht alles haben. Und Stealth? Nein, danke. Ach. Ach. Action riden ist jetzt angesagt. Action riden. Du, du, du. Ei, ei, ei. Ja, moin. Boah. Ei, 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 ei. Ei, 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 hab ich gesagt. Ich gehe immer fast davon aus, dass es kein Boss ist, sondern... Ja. Das ist quasi der nächste Standardgegner wird, so ungefähr. Okay. Keine Arme, keine Kekse. Au, aber Beine. Aua. Aua. Selber, dass ich da rechts eine Kombo hatte. Von 27. Aua. Ach, der hat theoretisches Genick gebrochen. Was sind wir denn hier? Scheiße, ich glaube, ich hätte... Aua. Gerade, ja. Hat abtrennen können. Alter, das war so ein richtiger Bowser-Ultra... Ne, Ultra-Smash, genau. So eine Bowser-Smash-Attacke. Nehmt genauso. So, bis jetzt nicht mal tot. Fucking Dankeschön. Na gut, wenn man noch B war. Kann complain. Aha, jetzt kann ich hier rein. Ach. Wollen wir den Bildschirm abwarten? Stimmt. Den Mode ich wieder ganz ver... Oh Gott. Wieder ganz vergessen. Steh da nicht rein. Aua. Aua. Ich wollte nicht runterfallen. Ich stand nicht in meinem Plan. Aua. Ich wollte eigentlich schon oben bleiben. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Och Mann. Gegen Zeit sind es hier. Da komme ich doch nicht auf einmal an. Aua. Aua. Ich kann einfach wegrennen. Fang. Okay, da hätte ich ihm schon den Arm abtrennen können gerade. Aber... Ich komme ja nicht dazu. Dankeschön. So. Keinen zweiten Namen. Halb so viele Kekse. Kann man ja eigentlich auch schon mal sagen, finde ich. Weg mit dem Arm. Kommt schon. Ich glaube, ich habe keine Nano-Dinger mehr bald. Hätte ich mich mal dran vorbeigeschlichen. Das war ja auch eigentlich mein Plan. Aber... Das Spiel wollte nicht. Das Spiel wollte nicht. Ey, hallo. Muss ich mir echt erstmal wieder... in Zeitlupen-Mode erfahren. Ich dachte, das würde auch so gehen. Ha. Dafür beide mit einem Mal. So. Du bist jetzt kein Problem mehr, glaube ich. Jetzt bin ich trainiert. Oh. Hm. Haha. Ah, Gats. Kommt schon. Die Folge ist gleich vorbei. Ich muss jetzt noch den Kampf schnell abschließen. Okay. Okay. Ein Arm schon mal weniger. Nein! Das sind ganz schön krasse Gegner, ne? Muss man ja auch einfach mal sagen. Oh Gott. Jetzt bitte nicht noch sterben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ey. Hä? Er hat wahrscheinlich gar nicht vorbeigekonnen. Sehe ich gerade, wa? Naja. Okay. Gut. Leute. Dann würde ich sagen, das war Magic Rising für heute. Haha. Wie sie sich das nächste Mal genau hier wieder. Oh weia. Ich hab ganz schön viel eingesteckt. Aber gut. Wir kommen hier schon irgendwie wieder raus. Also. Ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss.